hallo und herzlich willkommen zu WEGFEST mittlerweile schon part nummero 70 da wir gerade eben projekts 3 livestream hatten und ich heute nicht mehr ganz so viel zeit habe und ich den projekts 3 livestream eigentlich schon kurz angesprochen habe werde ich jetzt heute wieder nur die die rumschallenge schnell wegfahren die von heute zumindest und dann morgen mal sehen was ich morgen genau mache aber heute ist ja nicht viel also ich denke mal ich mache heute einfach nur ein kurzes video mit den in zwei sachen hier weil hier drauf habe ich irgendwie gar keine lust wobei das geht ja morgen auch noch ein tag eine stunde das geht ja morgen theoretisch auch noch ging das wieder über drei tage diesmal ja egal was die zwei sachen da eventuell mache ich noch mal dass wir den schnee bällen am ende mal gucken aber lust auf die schnee bälle habe ich irgendwie nicht mehr ich bin wie gesagt ich bin auch hunde müde fix und fertig von der arbeit und jetzt wie gesagt im projekts 3 livestream den ich jetzt hatte heute unter der woche dann gibt es jetzt wieder mal halt nur was kleines für zwischendurch ein kleiner snack den man auch mal zwischendurch weg gucken kann sozusagen ja morgen wie gesagt leider hat er nicht auf meine kommentare reagiert was ich an meinem freien freitag machen soll hat ja leider keiner was gesagt bisher wegen gibt es morgen dann überraschung entweder dort fünf als hätte kursa kompetitionen oder bus simulator oder mit lukas eine runde projekte was ausprobieren und so weiter und so fort also lasst euch überraschen lasst euch überraschen und dort waren wie es mir morgen geht das wetter tut ein übriges dazu wenn man im strömenden regen arbeiten muss und so weiter und so fort aber das habe ich mir so aus ich will ja immer lieber in der frischen luft arbeiten aber ich habe mir das ja mit dem garten job beim bezirksamt oder habe ich mir so ausgesucht vielleicht komme ich morgen auch mit weg fest online und dann gibt es hier weg fest tage challenges und wir weg fest reloaded karriere reloaded weil irgendwie lacht mich aus oder nicht man sieht es ja auch an dem part dass wir jetzt schon bei part 70 sind weg fest ist irgendwie eins meiner spiele die ich im stream mit am besten oder was heißt mit am besten aber mit am liebsten spiele halt das ist eins der spiele was ich aktuell wieder echt mit der meisten spiele weil mir das echt einfach spaß macht auch wenn ich einen ab und zu wie jetzt auseinander nimmt aber das gehört halt dazu aber ihr könnt mich auslachen weg das ist bleibt aktuell momentan echt eins meiner lieblingsspiele andererseits habe ich euch vor zwei wochen oder auch vor drei wochen hier hatte kursa versprochen da war er der fernseher am arsch habe ich endlich einen neuen fernseher gehabt dann war frau krank habe ich euch aber glaube ich auch schon erzählt aber für den einen anderen der es nicht mitbekommen hat der vielleicht jetzt hier eher ein kürzeres video sich mal anguckt aber frau krank deswegen eigentlich müsste ich als hätte kursa machen weil ich das euch ja schon seit zwei drei wochen versprochen habe werde aber auch aber nicht als hätte kursa ihr wisst schon als hätte kursa kompetitionen ja das darf man nicht verwechseln mit dem ersten teil von der kursa sondern mit den kompetitionen halt würde ich dann machen weil ich das versprochen habe wenn ich nur ein oder zwei karriere rennen fahre hauptsache es wäre im stream gewesen damit ich mal versprochen weil man versprochen damit ich mein versprechen eingelöst hätte halt danach könnten wir immer noch weiter sehen was wir machen wie gesagt wenn ich früh aufstehe wenn ich aus dem bett falle wenn ich eine frau und sechste tür raus ist und bett falle dann mache ich als erstes nesca das habe ich ja gesagt aber das mache ich meistens ja eher früh wenn ich aufstehe weil das ist ja für euch nicht wirklich lieb bei mir also das guckt ihr bei mir so gut wie gar nicht das hier dann doch noch ein paar mehr aber ich möchte es halt trotzdem gerne machen weil es mir am herzen liegt deswegen mache ich trotzdem gab es einer guckt oder nicht so viel gefällt selbst schulter steht wenn ich den unbedingt kaputt haben will selbst schuld ist mich nur zweiter also ich hätte mich anders verdient hätte so schön vorsprung haben können nein selbst schuld aber es kriegt nur demolierhilfe und ein paar extra punkte für die xp halt ja gibt mehr punkte aber ich glaube bei den rumstellende ist das egal weil bei den rumstellen gibt es nur die rumpunkte für den ersten platz die 2000 hier aufpassen ich habe das bisschen viel für gold ja mache ja auch ein mädchen trägt sehr gut und hier weg hier du sollst da lang gehen danke da kommt ja welche da kommen auch welche war da kommen oder welche erst habe ich kein gesehen auf einmal waren auch noch ganz viele da halle julia heilige makrele kaum rum komm rum da kommt das ziel kommen rum ja viel kohle fehlt es ja nicht mehr für die anderen fahrzeuge ja 113.000 geht doch habe ich gesagt ich brauche noch 60 und 70 also 130.000 brauche ich noch also kriegen wir dahin immer dahin aber wie ein demolition arena trotzdem eins dabei heute das ist egal die anderen ja eventuell mache ich die morgen noch mal mit aber ich habe da wie gesagt heute keine richtig lust mehr dazu ich bin so k.o. ich mache das jetzt einfach weil ich die rumpunkte brauche um uns die letzten autos noch zu gönnen da liegt mir halt was dran damit sollte es mal wieder in den community stream geben ich dann mehr auswahl habe also mehr abwechslung habe um mehr chaos zu stiften sozusagen ich bin ja auch mal gespannt alle zwei monate tun die ja immer die season pass pakete veröffentlichen 1 1 oder 2 müssten ja noch kommen ich bin mir nicht sicher aber von diesen zwei fehlen auch ein paket ich glaube 12 neue autos waren es glaube ich wir haben erst 8 neue haben wir drei autos pro paket 36 ich glaube 12 neue autos waren es also müssen wir zwei pakete sein immer nicht ganz sicher aber ein paket kommt auf jeden fall noch abends da meldet sich auch mal zu worten schön dann puttern ab jetzt schon vorbeigeschraubt wo ich dann treffen was mein kombo bonus vorbei das war klar war klar jetzt kommt ich auch nicht durch war ja auch wieder klar wie klos ich bin erst mal schnell hier lang wieder auf die strecke kommen hier sag kommen sie komm her bingo bingo ich habe ja genau durch die mitte verdammt na 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 Das ist halt manchmal echt verarscht, aber was soll es. Immer in Bronze, immer in Bronze, das ist okay. Es geht besser, aber es ist okay. Mein tausend Punkte ist okay. Soll ich das nochmal versuchen hier, mich zu verbessern, das Winter Race, damit wir wenigstens ein bisschen Zeit machen, oder lasse ich das wirklich als kurzes Mini-Video heute? Es geht nur noch 5 Tage, aber da habe ich jetzt gerade keinen Nerv zu. Wenn überhaupt nochmal das hier probieren. Ja, 89.000, das ist nicht viel, das sind 40.000 Punkte mehr, das heißt, ich müsste einen kleinen Ticken früher nach vorne kommen, um die Punkte zu kriegen. Ich probiere es nochmal einmal, das mache ich noch einmal und dann beende ich das Video für heute von Wackfest in Part 70 auch. Klar, bei 70 hätte man wieder irgendwas besonders machen können, aber dafür fehlt mir einfach die Zeit. Mal gucken, auf welchen Tag Part 100 fällt. Bei Part 100 werde ich mal Lukas fragen, ob der eine Idee hat. Weil für Part 100 würde ich mir gerne was, was besonders einfallen lassen, wenn ich so weit komme. Also wenn wir das Part 100 irgendwann erreichen, weil ich glaube, ich habe noch kein Spiel, wo ich wirklich 100 Parts oder mehr habe. Also noch habe ich kein Spiel dafür und dann würde ich mir bei Part 100 schon gerne was einfallen lassen. Nein, es gibt hier keine Networkkarten mehr, weil irgendeiner kam, wann verlose ich mir Networkkarten, weil ich das einmal, weil ich das einmal gemacht habe. Weil ich einmal in dem Podcast 30 einen Code, einen 20-Euro-Code rausgehauen habe. Ja, ich habe mal geguckt, der wurde eingelöst. Leider hat keiner reingeschrieben, dass er eingelöst ist. Eigentlich hätte ich dann reinschreiben müssen, so von wegen, den hat einer eingelöst, aber keiner reingeschrieben. Aber ich hatte das falsche Handy dabei, mit dem ich nicht schreiben kann, weil mein neues Handy ja kein Google unterstützt. Und dadurch konnte ich dann nicht so schreiben, wie ich das wollte. Deswegen habe ich es dann letztendlich auch vergessen. Jetzt weiß ich wieder nicht, in welchem Part ich das gemacht habe. Deswegen ist es halt so, wie es ist, wenn dann das Video noch einer guckt und dann denkt, ach cool, die kann man noch einlösen. Dann gucken wir aufs Datum, wann ich das gemacht habe. Es ist doch klar, dass der nicht mehr funktioniert mittlerweile. Nein, das wird es auf jeden Fall zu Part 100 nicht geben. Aber ich merke gerade, dass wir nicht schnell genug nach vorne kommen. Dass ich wieder viel zu viel Zeit verliere und nicht schnell genug nach vorne komme. Jetzt werde ich noch gedreht. Ah, verdammt. Wobei, ich wurde letztes Mal, glaube ich, auch gedreht im Mozedanen vorfahren. Aber das klappt gerade nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Lustig ist es aber trotzdem und deswegen lasse ich es drin. Ja, danke. Ja, nochmal danke. Ey, es klappt nicht. Mann, okay, ich lasse es doch nicht drin. Ich mache doch nochmal Neustart, weil so kommen wir auf keinen Fall auf bessere Punkte. Ja, ich muss schnell nach vorne kommen, damit ich mit dem Multiplikator die Punkte kriege. Okay. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 egal einfach abgeschlossen einfach noch die xp mitnehmen ist mir nichts besonderes aber egal einfach mal na gut da bedanke ich mich auch hier beim reinschauen wenn ihr denn gemacht habt und würde mich auch hier über einen kommentar als man nicht gemacht habe abo like und weiter und weiter freuen in support ist kein mord sagte mal auch hier erst mal bis zum nächsten mal wenn es dann wieder heißt weg fest mit part 71 dann wieder schauen reingehauen ab noch angenehmen donnerstag abend oder was für eine zeit auch immer ihr das video anguckt macht euch eine schöne zeit und das beste aus der zeit und bleibt gesund so jetzt aber wieder schauen reingehauen euer maulwurf